Und welche Motivation haben Sie? Geld verdienen. Ich mag die Gegend hier. Ich mag behinderte Menschen sehr. Ich brauch drei Absagen. Ist fürs Arbeitsamt. Ich verstehe, Sie brauchen das Geld. Haben Sie keine anderen Ziele im Leben? Doch, doch, hab ich. Ein Ziel guck ich gerade an. Und das ist sehr motivierend. Ich bin bereit, Sie für einen Monat zur Probe einzustellen. Ich wette, Sie halten keine zwei Wochen gleich. Na, zufrieden, Madame? Hey, Achtung! Ach, scheiße, das vergesse ich dauernd. Hier. Guten Appetit. Ey, ey, ey! Entschuldigung. Alle machen sich Sorgen um dich. Gerade du müsstest vorsichtig sein. Die Jungs aus der Vorstadt kennen kein Mitleid. Das ist genau das, was ich will. Kein Mitleid. Das heißt, wenn Sie rote Ohren haben, sind Sie erregt? Und manchmal sind Sie morgens, wenn ich aufwache, sogar ein bisschen steif. Alle beide? Alle beide. Das lehne ich ab. Ich lade Sie doch da hinten nicht ein wie ein Gaul. Was haben wir denn hier Schönes? So leid es mir tut, wir müssen pragmatisch denken. Pragmatisch? Das ist der Wahnsinn! Und noch einer! Das ist eine Geburtstagsparty. Los, bewegt euch, Leute! Wir sind auch schon aufgewacht. 100 Euro, dass ich sie abhänge. Abgewacht. Nein, nein, nicht weiter. Trümmer dich um die Ohren. Man muss total verrückt sein, um sowas zu machen. Ja, süß! Da steht ja aber gut. Bleiben Sie denn? Da muss Kau rein. 12 Stundenkilometer. Ist das das Maximum? Das ist ein Baum. Ein Baum, der singt. Der singt. Das ist dasingt. Vielen Dank.